Das ist ein ganz großer Hater und der hat inzwischen Numex und Flex gehatet. Und ich werde ihn heute konfrontieren und ihm sagen, das was er da macht, das ist absolut nicht in Ordnung. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier wieder meinen NoSkin am Start und meinen Namen NoSkinDenex. Wir werden mal gucken, was für eine Reaktion er hat. Aber sollte er irgendwas gegen meinen NoSkin sagen, werde ich ihm in mein Spind meine Renegade Raider zeigen. Wir werden mal gucken, was für eine Reaktion er hat. Aber falls er irgendwas Schlechtes sagen sollte, ich habe einen Renegade Raider in StumbleGuys. Okay Freunde, nicht wirklich Renegade Raider, aber sowas Vergleichbares. Ich zeige es euch einmal ganz kurz, weil wenn ich hier in meinen Spind reingehe, seht ihr hier ein Monkey D. Luffy. Tja, aus One Piece. Also wenn das kein Renegade Raider von StumbleGuys ist, dann weiß ich auch nicht. Und dann habe ich einfach noch in meinen Spind noch einen viel krasseren Skin. Ich zeige euch den einmal ganz kurz. Das ist nämlich, ja ihr glaubt es kaum, aber es ist wirklich wahr. Es ist nämlich wirklich Sonic. Und Sonic zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz. Der ist nämlich hier. Okay, seht ihr ihn schon? Okay, dann muss ich ihn euch ein bisschen genauer zeigen. Er ist nämlich hier. Holy Moly Macaroni. Da die Skins noch so neu sind, wundert euch nicht, haben die noch andere Namen. Das muss selbst StumbleGuys noch aktualisieren. Also das wird noch alles kommen. Wundert euch nicht. Aber die Skins sind real und die kann man spielen. Und das beweise ich euch einmal ganz kurz. Ich mache auf verwenden und kann den gleich zocken. Aber jetzt franken wir erstmal den Hacker mit unserem No-Skin. Okay, Freunde. Ich habe ihn jetzt mal eingeladen und bin mit ihm auf Discord. Und wir werden jetzt fragen, was das Ganze soll. Ey, bist du da? Junge, was willst du von mir, Digga? Willst du mich auch wieder abfacken, die Flakes, Alter? Hä, was sagst du da? Nein, ey, okay, lass uns jetzt eine Runde spielen und lass uns darüber mal reden, okay? Weil das ist nicht in Ordnung, was du da machst. Okay, ey, hör zu. Das Ding ist, sowas ist absolut falsch, was du machst. Haten ist echt nicht gut. Digga, hast du Pech, Alter, Junge? Ich hate dich auch, Alter, Junge. Geh mir nicht auf den Sack. Du bist Flakes auf Wisch bestellt, Digga. Wie? Auf Wisch bestellt? Gar nichts. Ich bin Demex. Ich will gar kein Flakes sein. Guck meinen Namen an, du Lappen, Alter. Siehst du meinen Namen? Oh mein Gott, ey. Hey, ich bin schnell in die Ziellinie gelaufen. Ich hab gesehen, du wolltest mich boxen. Digga, du bist ein Idiot, Digga. Denkst du, du bist der Krasseste oder was, Junge? Ich werd dich kleppen, Digga. Drei Runden, ich klepp dich, Junge. Wir können gerne um Preisgeld spielen. Wir müssen verlieren, Alter. Okay, wir schauen mal. Wer gewinnt, der hat recht, ja? Ja, komm, Junge. So, wir sind jetzt in der zweiten Runde. Und, ey, boah, du hast aber einen richtig coolen Skin. Komm, wo hast du den? Digga, ich bin einfach der Hater-Boss, Digga. Was denkst du? Der Hater-Boss hat alle Skins, Digga. Du Lappen, Digga, du hast keinen Skin, Digga, du Noob, Alter. Guck dich an, No-Skin, Digga, Digga. Aber ich will auch gar keinen Skin haben, weil No-Skins sind die Besten. Ja, Digga, weil du einfach Kacke bist, Digga. Deswegen hast du keinen Skin, Digga. Du kannst dir keinen Skin leisten, du Lappen, Alter. Natürlich kann ich mir einen Skin leisten. Die sind in Stumbleguys zum Glück nicht so teuer. Aber, ey, so, aber ich will gar keinen anderen Skin haben als meinen No-Skin. Digga, du bist Kacke. Du schaffst immer in den Stil, Alter, als Noob-Skin, Digga. Junge, du bist so Kacke. Ich hoffe, du bist gemobbt in der Schule, Alter, du Lappen, Alter. Ich kann mal nur boxen, Alter. Ey, hör auf, was soll denn das? Hast du nicht mehr in Boxen, Alter? Hör auf! Ein kleiner No-Skin-Noob, Alter, Junge. Wie kann man nur die spielen, Digga? Das ist ja ekelhaft. Ich kann mich nicht gerne... Ja, ich kann mir diesen Skin nicht anschauen, Digga. Hau ab, Digga, von mir. Geh weg, Digga, Bar, Alter. Oh, ich bin der Letzte. Oh mein Gott. Okay, ich bin jetzt auch in der Ziellinie. Ey, warum hast du mich eben gerade geschlagen? Digga, ich hoffe, dass du einfach das nicht in den Stil geschafft hast, Mann. Du hast keinen Skin, Digga. Also sagst du, ich bin ein Noob, nur weil ich ein No-Skin trage? Ja, Digga, du bist ein Noob, Digga. Du kannst nicht mal eine Runde gewinnen, Digga. Geh mir doch nicht auf den Sack wie Flakes, Alter. Alle sagen, ich wäre Lumix oder so, Digga. Ich sei zu dumm, Alter, ehrlich. Oh mein Gott, da muss ich auf jeden Fall jetzt hier den ersten Platz irgendwie kriegen. Das kann doch nicht sein, dass du uns hier so versuchst, fertig zu machen. Ja, dann los, dann hol den ersten Platz, Digga. Schass dich mal bestimmt den ersten Platz. Hast bestimmt mal einen Sieg, Alter, du Lappen, Alter. Oh mein Gott, ey. Ich habe zwar lange nicht mehr gespielt, aber ich habe trotzdem meine Skills. Digga, du hast gar nichts, Alter. Du kannst nicht mehr, kannst gar nichts. Du kannst nicht mehr hacken, Digga. Du hast gar nichts, Junge. Ich kann alles machen. Ich kann hacken. Ich kann jeden Specialist-Kin gratis bekommen. Du hast Null, Digga, Null. Du kannst nicht mal einen Euro ausgeben, Digga, für Stumplegeist, Digga. Bist du arm oder was? Oder hast du keine Freunde, Digga? Was mit dir, Alter? Ehrlich? Wie? Du willst mir jetzt wirklich sagen... Du fragst mich jetzt wirklich, ob ich keine Freunde habe, nur weil ich ein No-Skin habe? Oh mein Gott. Hast du gewonnen? Digga, ich habe es nicht geschafft wegen dir, weil du mir auf den Sack gegangen bist, Digga. Es war nur Glück, Alter. Jetzt komm eins gegen eins, private Runde, Digga. Wow, 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 wow. Entspann dich mal ganz kurz. Okay, Freunde. Ich habe mich jetzt gegen eins gegen eins auf dieses Map hier eingeladen. Und wir kämpfen jetzt gegeneinander. Oh mein Gott. Und da kommen schon diese Wände. Und die wollen mich aufhalten. Digga, hier, Juge. Du kleiner Noob, Alter. Du wirst jetzt verlieren. Wir werden jetzt sehen, wer der Bessere ist, Digga. Und schau mal. Wenn du gewinnen solltest, kriegst du von mir einen Special-Skin, du Lappen, Alter. Guck mal, du verkackst schon, Digga. Du bist so schlecht, Alter. Ey, was soll denn das, Mann? Du kannst das doch nicht jedes Mal aufs Neue abziehen. Digga, du wirst jetzt verkacken. Und dann bist du einfach ein Noob, Digga. Dann werden alle sehen, dass du ein Noob bist, Digga. Und der Hater stärker ist als du, du Lappen, Alter. Scheiß No-Skin, Digga. Wie kann ich nur mit dir spielen? Digga, Kapastrophe, Alter. Ehrlich, du bist so kacke, Digga. Oh mein Gott. Hör bitte auf. Ey, ey. Oh mein Gott. Nein, nein. Ich habe verloren. Okay, weißt du was? Ah, Gott, ich habe verloren. Okay, jetzt ist es Zeit für Rache. Bist du scheiße, Digga. Okay, Freunde, wie ihr sehen könnt, ich habe einfach hier den Renegade Raider in Stumbleguys. Und damit werden wir nochmal spielen und gewinnen. Okay, Freunde, wie ihr sehen könnt, habe ich hier diesen Renegade Raider in Stumbleguys. Ey, siehst du meinen Skin-Hater? Digga, was ist das für ein Skin, Alter? Hör doch auf zu hacken, Digga. Du willst hacken die Flakes, Alter. Den Skin gibt es gar nicht in Stumbleguys, Digga. Hä? Doch. Und der ist viel, viel geiler als deiner. Denn meinen hat einfach niemand. Schau dir den mal an. Ich warte sogar auf dich. Ich sehe dich da hinten. Na, siehst du den? Siehst du den? Oh mein Gott, ist der cool. Hey, wie kann das sein? Ey, ich will den auch. Gib ihn mir auch, Digga. Ja, das haben Hater davon. Ja, die denken immer, die werden die coolsten. Aber am Ende sind die nicht viel besser als ich. Wow, wow. Was haust du mich wieder? Na komm, du kannst mich so oft hauen, wie du willst. Aber gewinn. Willst du trotzdem diese Runde nicht? Ich will den Skin, Mann. Kannst du mir den schenken? Es tut mir leid. Ach, es tut dir jetzt auf einmal leid. Das werden wir gleich sehen, wenn ich den epischen Sieg hier geholt habe. Dann kannst du immer noch deinem Tut mir leid sagen. Aber ich weiß, dass du es sowieso nicht ernst meinst. Digga, Mann. Es ist... Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Ich gehe hier niemanden auf den Sack. Das Einzige, was ich hier tue, ist gewinnen. Oh mein Gott. Kopf an Kopf rennen. Aber ich schaffe es. Ich schaffe es. Ja. Digga. Ey. Ey, wenn ich die Runde gewinne, schenkst du mir den Skins. Wenn ich die Runde gewinne, wirst du mir den Skins schenken, Digga. Niemals... Du sag Hacker. Ich werde dich so reporten, Digga, wenn du mir den nicht schenkst. Digga. Gewiss. Digga. Wer ist ein Hacker? Der einzige Hacker, das bist du hier. Ich spiele ganz fair und freundlich und boxe nicht richtige süße No-Skins. Ey, das kann nicht sein, Alter. Hör doch auf, Mann. Es tut mir leid, Mann. Ich bin dein größter Fan, Alter. Ach, jetzt auf einmal bist du mein größter Fan, nur weil ich den Monkey D. Luffy Skin habe in Fortnite. Ey, ich meine in Stumbleguys. Das war aus Versehen. Ich habe mich getäuscht. Ich habe gedacht, du wärst Flakes, Alter. Nein, nein, nein. Aber Flakes ist auch ein Ehrenmann. Und den solltest du auf jeden Fall in Ruhe lassen. Okay, das ist die letzte Runde. Und ich muss jetzt alles geben. Ey, du wirst verlieren, Alter, Junge. Ich werde die Runde gewinnen, Digga. Du Kacktyp, Alter. Nix, Digga. Wer denkst, wer du bist, Alter, Junge? Ich werde jetzt gewinnen, Digga. Du hast keine Chance gegen mich, Alter. Wow, 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 wow. Ich bin auch gleich erster. Ich bin jetzt erster. Ja, ich werde es schaffen. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Das ist eine Klappe, Sache hier. Das kann nicht sein, Digga. Das ist eine Klappe. Wow, 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 wow. Komm, weg hier. Nein, nein. Du warst... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wartest du doch vorne gekickt, oder was? Oh mein Gott. Junge, ich bin erster, ich bin erster. Du kannst gar nicht erster sein, weil ich erster bin. Nein, Digga, das kann nicht sein. Ich bin letzter, Mann. Mann, Digga, du machst irgendwelche Hacks, Digga. Ich sag eins, ich habe jetzt gleich gewonnen. Und weißt du, was ich dazu noch sage? Was willst du sagen, Mann? Willst du mich verarschen? Ich will nur sagen, no Skits sind die Besten und no Skits an die Macht. Denn ich bin jetzt einfach der Sieger. Mann, ich hab keinen Bock mehr auf dich, Alter. Jedenfall gewinnst du gegen mich, Digga, Mann, Alter, nie. Tschüss, Alter. Kack, ich werde dich immer weiterhaken, Alter. Tschüss, Mann. Ah, Iridachi. Freunde, war das nicht eine richtig coole Runde? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt ein Like, Konabu da und Creator Code Danx. Checkt auch den Funkel ab. Und glaubt mir, die nächste Zeit wird noch sehr, sehr wild. Ciao.